Allegro aus dem Haydn Trompetenkonzert. Sie hören eine Bearbeitung für vier Trompeten und Blasorchester. Es stehen jeweils zwei Trompeten links und zwei Trompeten rechts auf der Bühne. Wie hier auf der Aufnahme zu hören, wechseln sich die Stimmen ab, sodass die Zuschauer auch einen tollen Stereo-Effekt zu hören bekommen. Am Schluss spielen die Solisten noch eine kleine Kadenz. Ein Garant für ihr Konzert eignet sich auch hervorragend für eine Aufführung in der Kirche. Viel Spaß mit dem Allegro aus dem Haydn Trompetenkonzert. Musik 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 Musik